Sie erinnern sich an unseren April-Scherz? Wir liefern Taunussteiner Klopapier. Sie dachten, es wäre ein Witz. Wir dachten das auch. Aber jetzt machen wir ernst. Wir haben uns überlegt, was brauchen denn die Menschen zurzeit? Mit Sicherheit kein Klopapier mehr. Sie haben sich mindestens alle bis 2023 eingedeckt. Was wir aber brauchen, ist Unterstützung. Vor allen Dingen die Menschen, denen es nicht so gut geht. Und deswegen haben wir tatsächlich ein Taunussteiner Klopapier in Auftrag gegeben und Sie können es käuflich erwerben. Was wollen wir damit tun? Menschen unterstützen. Nämlich diejenigen, die normalerweise sich über die Tafel versorgen, die aktuell eben nicht mehr direkt Essen ausgeben kann, aber weiterarbeiten muss. Die aber finanzielle Sorgen haben. Und deswegen haben wir eine Sonderedition Taunussteiner Klopapier in Auftrag gegeben. Sie können sie pro Rolle für 5 Euro käuflich erwerben. Und das Beste ist, diese 5 Euro gehen 1 zu 1 an die Tafel in Taunusstein. Und damit unterstützen wir alle Menschen, die zurzeit wirklich in Not sind und die teilweise gerade zum Monatsende nicht mehr wissen, wie sie noch ihre Familien in irgendeiner Form ernähren sollen. Und deswegen darf ich mich ganz herzlich bitten, dass Sie uns unterstützen. Sie finden ab heute auf unserer Homepage das Formular WC 38a, was wir angekündigt hatten. Jeder kann maximal 5 Klopapierrollen erwerben. Sie können natürlich auch mehr spenden als nur 5 Euro pro Rolle. Und alles Geld, das versprechen wir, landet sofort bei den Tafeln. Bei den Menschen, die dort aktuell weiterarbeiten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken, denn sie helfen heute bereits den Menschen in Not. Mein genauso großer Dank gilt aber an die SB Versorgungs AG und an die Vr Bank Untertaunus. Denn diese beiden Unternehmen unterstützen uns in der Aktion und sorgen mit ihrer finanziellen Zuwendung dafür, dass wir tatsächlich die kompletten 5 Euro oder mehr, die Sie uns spenden, 1 zu 1 an die Tafel weitergeben können. Insofern machen Sie aus einer einfachen Rolle Klopapier die Rolle Ihres Lebens. Sorgen Sie dafür, dass wir ein Taunusstein, eine Stadt, gemeinschaftlich gut durch die Krise kommen.